... lagen acht, manchmal sogar sechs, acht oder zehn Leute. Los, los, hat es nur geheißen. Ich kann es nicht glauben, dass ich das noch mitgemacht habe. Jenny, lass es gut sein, wir gehen hier lieber raus. Gott sei Dank, ich habe sie überlebt. Jenny Spritzer war so etwas wie eine Buchhalterin des Todes. Die jüdische Gefangene musste als Sekretärin in Auschwitz Sterbeurkunden schreiben. Seit ihrer Flucht auf dem Todesmarsch vor 50 Jahren lebt Jenny Spritzer in der Schweiz. Wir sind dort mit ihr in einem jüdischen Seniorenstift verabredet. Die Sicherheitsvorkehrungen sind diskret, aber wirksam. Ohne Voranmeldung kommt hier niemand rein. Frau Kreiger vom ZDF, wir sind angemeldet bei Frau Spritzer. In Berlin aufgewachsen, lebte Jenny Spritzer bis zum Einmarsch der Deutschen in Holland, versuchte über Frankreich, den Nazis zu entkommen, vergeblich. Im Sommer 1942 wird sie nach Auschwitz-Brickenau verschleppt. Nach ihrer Flucht schreibt sie ihre KZ-Erfahrungen auf. Doch die will 1946 kein Verleger drucken. Sie veröffentlicht das Buch im Selbstverlag. Jetzt, 50 Jahre danach, hat es ein Schweizer Verlag neu herausgebracht. Ihre Häftlingsnummer ist der Buchtitel. Ich war Nummer 10.291. Unsere Abteilung musste sich anstellen in einer Schlange und den Arm entblößen und zeigen. Und da wurde von einem jungen Mann mit der Nadel das eingestochen. Wo ist denn das eingestochen worden? Im Unteren, ich könnte es Ihnen zeigen, allerdings sehen Sie heute nur noch eine Narbe. Weil ich immer bedrängt wurde, zu erzählen, was ich da habe. Ich wurde auf Reisen so oft gefragt, was bedeutet diese Nummer. Und ich konnte nicht begreifen, dass die Leute nichts wussten. Dann habe ich ein bisschen spitz geantwortet. Das ist meine Telefonnummer. Und es waren wirklich Leute, die das glaubten. Die haben gesagt, also das ist schon ein bisschen verrückt. Sie waren dann in der Stabsabteilung und haben die sogenannten Todesbücher geführt. Es war die SS, die mich damals angenommen hatte für diese Schreibarbeit, hat als Bedingung gefragt, haben Sie eine gute Handschrift, können Sie schnell und gut arbeiten. Ich habe natürlich alles bejahend. Für mich war das Leben bleiben eventuell, wenn ich diese Stelle bekam. Das war ein unerhörtes Glück. Das war in dem Moment, vielleicht bleibe ich jetzt leben und sterbe nicht so irgend wie die anderen. Wir hatten wieder Wasser in diesem Haus. Wir konnten uns waschen. Sie sind eine sehr gepflegte Frau. Ich denke, Sie sind auch eitel, stimmt das? Ja, das war ich immer sogar im Lager. Ich war am Stande, um ein bisschen Nivea-Creme sogar zu kriegen. Habe ich dort bekommen, habe ich mein Brot hergegeben. Ich habe Liebe auf das klebrige Brot und diese schreckliche, stinkende Suppe nicht gegessen. Aber die paar Löffel hatte ich scheinbar genug. Ich bin nicht gestorben vor Hunger. Etwa 50.000 Häftlinge haben Auschwitz-Bürkenau wie sie überlebt. Mehr als eine Million Juden wurden dort ermordet. Jenny Spritzer ist heute 87 Jahre alt. Trotz dieses hohen Alters will sie noch einmal nach Auschwitz reisen. Es empört sie, dass es heute möglich ist, den Völkermord an den Juden zu leugnen. Um der Wahrheit willen, nimmt sie diese Strapaze auf sich. Wir verlassen Zürich und fliegen zunächst in ihre Heimatstadt Berlin. Sobald ich mich Berlin nähre, beginnt mein Herz zu bochen. Ich bin ja doch da groß geworden. Das war ja meine Heimatstadt. Und ich hatte so viele liebe Freunde da. Wir machen eine Stadtrundfahrt. Übrigens mit einem jüdischen Reiseleiter. Ja und jetzt geht es also direkt auf das Brandenburger Tor zu. Das war damals alles Sperrgebiet hier. Weil direkt hinter dem Tor stand ja die Mauer. Und das Tor selbst, das wurde wieder aufgebaut. Das Tor ist ganz aufgebaut. Nicht ganz, es war teilweise zerstört. Ja. So und jetzt geht es dann also durch die königliche Mitte. Oh ja. Das ist schön, die Siegeswelle. Ja, die habe ich früher auch nur gesehen im Vorbeifahren, im Vorbeiflitzen. Ziehen die Neonazis noch so über die Straße? Zeigen sie sich öfters? Ich weiß, also in Berlin zeigen sie sich nicht so richtig offen, weil sie machen keine großen Aufmärsche. Nein. Man sieht zwar, sie haben ja teilweise... Aber sie treffen sich? Sie treffen sich schon, ja, aber nicht im Stadtzentrum. Nein. Das ist also keine Aufmärsche. Jenny Spritzer hat Berlin bereits 1931 verlassen, um nach Holland zu ziehen. Also noch bevor Hitler an die Macht kam. Das jetzt, das ist also wieder der Alexanderplatz, wie er jetzt also seit 1967 aussieht. Also den erkenne ich kaum wieder. Alles anders. Ganz anders. Alles neue Gebäude. Nichts aus der alten Zeit. Also wirklich nicht zu erkennen. Unglaublich. Für mich total fremd. So, jetzt haben wir da vorne die Synagoge auf der linken Seite. Ist das so geblieben? Nein, sie war zerstört. In der Pogromnacht wurde sie zwar angezündet, aber gerettet. Sie wurde gelöscht. Und dann aber gab es einen Bombenangriff. Und da wurde die Synagoge zerstört. Und jetzt... Sie wollten eine Kuppel... Die wurde jetzt... Die ist jetzt neu gebaut worden, ja. Honecker. Der war der Meinung, man müsste die wieder aufbauen, weil sie eben nicht in der Pogromnacht zerstört wurde, sondern durch den Krieg... Weil die Synagogen, die durch die Pogromnacht zerstört wurden, die wurden ja nie wieder aufgebaut. So, das ist jetzt die Münzstraße. Wir fahren jetzt links auf die Dragoner Straße. Sie ist heute Max-Beer-Straße. Hier in Berlin-Mitte ist Jenny Spritzer aufgewachsen. Das muss da weiter sein. Dort, wo die Erke sind. Da wusste ich mal, welche Nummer das ist. Die Nummern stimmen nicht mehr. Die Nummern sind zweimal geändert. Aber das Haus draußen muss ich doch ein bisschen erkennen können. Frau Spritzer, ihr wurde gesagt, die damalige Nummer 8 Dragoner Straße ist heute die Nummer 35 Max-Beer-Straße in der Zwischenzeit. Aber äußerlich, was noch da steht, sollte ich doch ein bisschen erkennen können. Ja, wir gehen hier lang, deswegen sind wir ja hierher gefahren. Von außen erkenne ich kein einziges Haus. Das hatte alles einen anderen Eingang gehabt, eine andere. Das kann jetzt auch nicht sein. Welche Nummer ist das? Nummer 19. Aber die Nummern stimmen alle nicht. Ja, ich habe es verstanden. Ich habe bei der Stadtverwaltung angerufen und die haben mir gesagt, die Dragoner Straße Nummer 8 ist heute die Max-Beer-Straße 35. Ah, das ist ein anderes Haus. Das ist nicht mehr das Haus. Frau Spritzer, wir werden es nicht mehr finden. Das ist nicht mehr Ihre Heimat, ne? Nein, ich erkenne es nicht wieder. Überhaupt nicht. Das ist ganz anders. Mir ist es leid. Ja. Ihr ehemaliges Zuhause ist abgerissen worden, existiert nicht mehr. Die Baulücke hier, wo ihr Elternhaus stand, will sie nicht sehen. Man denkt immer, man hat schreckliche Sehnsucht nach der Stadt. Aber man hat nicht nach der Stadt. Die Sehnsucht ist eigentlich nach alten Gesichtern. Und wenn man die nicht sieht, dann ist das nicht dasselbe. Wir halten noch einmal an im Scheunenviertel, wie das ehemalige jüdische Quartier von Berlin heißt. Hier stand einmal ein jüdisches Altersheim. Das sind Figuren, das ist das Denkmal für die Deportationsstelle. Da links steht auch noch ein Gedenkstein. Das wurde zu DDR-Zeiten hier errichtet. Hier war ein Sammelplatz für die Berliner Juden, die in die Vernichtung geschickt wurden. Das ist eine Erinnerung an die Ermordeten. Ja. Ach, ist das alles wirklich böse. Mein Gott. Vergesst das nie. Wehre den Krieg. Hüte den Frieden. Am nächsten Tag landen wir spät in der Nacht in Krakau. Wir sind froh, dass der Verleger von Frau Spritzer und dessen Frau uns begleiten. Sich um sie kümmern, ihr helfen. Morgen Vormittag werden wir von hier aus nach Auschwitz fahren. Entfernung 70 Kilometer. Na gut. Jenny, wie wir sie inzwischen nennen, hat sich fest vorgenommen, Haltung zu bewahren. Sich von der Erinnerung nicht überwältigen zu lassen. Jenny, wir sind jetzt kurz vor Auschwitz. Haben Sie Angst? Nein, das kann ich nicht sagen. Angst nicht. Aber eine innerliche Nervösität. Die habe ich schon. Ihre Freunde, Ihre Jüdischen, haben Ihnen ja abgeraten, nach Auschwitz zu fahren. Alle, ja. Ich sehe ja nicht mehr diese fürchterlichen Gestalten. Diese, mit diesen tiefliegenden Augen und die Verhungerten. Und da wissen Sie, was eigenartig war? Alle, keine Frau hatte die Regel. Ja. Die waren sofort weg. Ich habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Hatte Ihnen doch auch was mit uns Essen gegessen? Scheinbar war das, das stank ja alles nach Brohm. War doch drin in der Suppe und in allen Essen. Ja, das war sofort, bei jedem blieb das weg. Sind wir schon in Auschwitz? Ja, wir sind kurz davor. Ja. Die Wagenkleide, vielleicht sind das genau die, mit denen Sie damals die Wagen gefahren sind. Wo die Transporte ankamen. Vater, Mutter. Wir sind im Museum Auschwitz. Da steht Arbeit macht frei. Da steht Arbeit macht frei, ja. Da ist es. So? Ja. Ja. Sie, sie. 1941. Diese armen Menschen mussten marschieren und nach der, nach der Kapelle, die schmetterte. Wir, Jennys Begleiter, sehen Auschwitz zum ersten Mal. Jedes Haus hatte seine Bedeutung, aber ich weiß nicht mehr, ich könnte es nicht mehr unterscheiden. Ich möchte nicht etwas sagen, was nicht stimmt. Schauen Sie mal, das ist ja eine gigantische Anlage, das ist ja riesig. Na. Ich habe ja das nie selber so groß gesehen in dieser Fassung. Wir kamen ja gar nicht hierher, die Frauen waren ja ganz extra. Elektrisch geladene Doppelzäune und Mauern versperrten damals den Blick. Können Sie sich vorstellen, dass man hier marschieren musste, auf diesem Boden? Wir können kaum mit unseren guten Schuhen laufen. Auf diesen Steinen mussten sie marschieren und stundenlang stehen. Der Schornstein des Krematoriums, eine Menschenvernichtungsanlage. Den Weg durch die Gaskammer von Auschwitz gehen wir ohne Jennys Spritzer. Wir wollen nicht nur die Überlebenden, die Ausnahme zeigen, sondern auch an die Ermordeten erinnern. Sie sind die wirklichen Zeugen der vielen deutschen Vernichtungslager, die Millionen von Toten. In den Fluren der Häftlingsblocks hängen Fotos von Menschen, die hier umgebracht wurden. Von den vielen, den meisten, die nicht einmal eine Nummer bekamen, die gleich ins Gas geschickt wurden, fehlt jede Spur. Haare sind es, die an den Massenmord erinnern und Schuhe. Für die Täter waren die Menschen und ihre Habe Material, das es zu verwerten galt. Kinderkleidung. Kinder wurden wie die Alten als arbeitsuntauglich sofort vergast, es sei denn, sie wurden zu medizinischen Forschungszwecken verbraucht. Wir haben gesagt, was ist denn mit der Welt los? Tausende Menschen kommen rein, tausende Menschen. Sie lassen ihre Wohnungen allein. Familien sind auseinandergerissen. Da fehlte ein Sohn, da fehlte der Vater. Wieso haben Nachbarn nicht gefragt, wo sind die hin? Was ist mit den Menschen geworden? Das Schlimmste war, dass wir nicht mal weinen konnten. Wir waren so erstarrt, um weinen zu können, da muss man sich lösen und ein bisschen frei sein. Aber das ging nicht. Jenny, ich habe hier was gefunden. Ich will Ihnen das zeigen in den Archiv. Hier, das sind Fotokopien von dem, was die Nazis registriert haben. Hier, Spritzer, geborene Erteljag. Geboren 14.11.07, Baligrott, deutsch verheiratet, ohne Beruf Rotterdam. Das bin ich. Das sind Sie. Ja. Ja. Sie haben überlebt. Ja. Die sogenannten Todesbücher, solche, wie sie auch Jenny Spritzer schreiben musste. Da steht, wo die Leute gucken. Wenn sie geboren sind, sie sind gestorben, hier am 26. August 1942 in Auschwitz-Kasernstraße. Schauen Sie mal diesen Schwindel. Was ist denn Schwindel? Von Doktor Mediziner, der Enzyme, Entress. Er hat viele unterzeichnet. Von ihm habe ich sehr viele, diese Zeugehörungen. Und die haben die Gefangenen ja nie untersucht. Aber niemals. Kein Arzt hat sie je gesehen. Und diese Krankheit, das ist auch erfunden. Sie sind entweder erschlagen, kaputt gegangen in Krankheiten. Oder vergast worden. Ja. Die haben wir ja nicht gehabt zum Eintrag. Die wurden gar nicht registriert. Die vergasten, nein. Auschwitz-Birkenau. Wir sind ohne Jenny Spritzer hierher gefahren. Birkenau, das hieß, sofortige Vernichtung durch Gas oder nach einigen Wochen Vernichtung durch Arbeit. Erinnerungen an eine Bahnfahrt. Wir waren eingeferscht in Waggons, in Viehwaggons. Sehr eng beieinander. So eng, dass niemand sitzen konnte. Es war nicht mal Platz zum Sitzen. Und es bekamen viele Frauen Schreikrämpfe. Bei jeder Station, wo wir durchfuhren, haben wir die Hand ausgestreckt, in der Hoffnung, etwas Wasser zu kriegen. Denn wir hatten weder Essen noch Trinken unterwegs. Wir hatten keinen Platz, wo wir die Notdurfen richten könnten. Es war nicht da. Wir waren einfach zusammengeferscht. Und so blieb es tagelang. Und dann haben die Leute es vor lauter Verzweiflung auf den Boden getan. Ganz einfach. Es ging nicht anders. Jenny Spritzer musste nur wenige Tage hier aushalten, ehe sie ins Büro abkommandiert wurde. Sonst hätte sie nicht überlebt. Um Wasser hat man gekämpft. Die ersten Monate, man konnte sich weder waschen, noch etwas trinken. Ich weiß noch, dass ich verzweifelt gesagt habe, ja also kann man hier nicht mal Papier bekommen. Wenn man die Notdurfen verdichtet, sagt die eine, die Notdurfen, seien sie froh, wenn sie einen Platz finden, wo sie gewissermaßen sich... Es ist so schwer zu sagen. Jeder hatte Filzläuse. Und das waren die Läuse, die die Körper so zerstachen und so krank gemacht haben. Fieber war am laufenden Wand. Und dann, da sie die Ruhe haben, lief ihnen das nur so vom Körper. Urin und eben das andere. Es gab keinen Arzt, es gab keine Hilfe. Man bekam kein Medikament. Sie wollten uns zeigen, dass wir nichts anderes sind, als Gewürrn, das man zertreten muss. Am nächsten Tag fährt Jenny mit nach Birkenau. Sie erinnert sich, wie Mithäftlinge versuchten, am Elektrozaun ihre Qual zu beenden. All die Drähte waren immer geladen, ja. Aber komischerweise, sie fielen nicht tot um, sondern waren immer erst betäubt von dem Schlag. Vom Draht. Sie fielen in diesen stinkenden Graben. Und plötzlich kamen da ein Arm, ein Bein aus dem Wasser. Und diese armen Menschen, die in der Jauche da hineingekommen waren, die sind erstickt. Oder sie bekamen den Gnadenschuss. Frau Spritzer, das ist Block 22 in Birkenau, in dem Sie untergebracht waren. Der existiert noch. Hier in einem derartigen Fach lagen wir zu acht Leute. In diesem Schmutz, in dieser Kälte. Mit einem dünnen Tuch, nicht zugedeckt. Dann war die Arbeit auch wahnsinnig schwer. Diese Erdarbeit, die wir machen mussten. Diesen Aushub. Und dann kam der S-Mann, der uns beaufsichtigt hat. Und schlug dazwischen mit einem Stock. Los, los, hat es nur geheißen. Was hier Menschen Menschen angetan haben, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Acht Menschen Platz gefunden. 50 Jahre her. Vergangenheit denken wir, als wir an diesem Mahnmal am Rande von Krakau vorbeifahren. Es soll an die Opfer des Faschismus erinnern. Die Gegenwart holt uns ein. Mordparolen in deutscher Sprache mitten in Polen. Das können auch polnische Nazis gewesen sein, wird uns gesagt. Sie verwenden gerne die Sprache der Täter. Zurück in Zürich graben wir weiter in Erinnerungen. Für uns bleibt vor allem die Frage, wie hält man so etwas aus? Wie überlebt man das? Erstens mal war der Hunger nach Lektüre sehr groß. Wir wollten etwas hören, was nicht aus dem Lager war. Und eines Tages fand ich das Buch im Winter verweht. In holländischer Sprache. Ich habe dann in der Pause immer auswendig gelernt, mehr oder weniger. Ich habe mir stenografische Anzeichen gemacht und konnte es ihnen dann übersetzt erzählen. Und wir haben so, es war ein Stück, wie soll ich sagen, es hat uns geholfen, ein bisschen noch Hoffnung zum Leben zu haben. Und wir waren verliebt in die Figur von Red Butler. Es hat uns sehr geholfen, ein bisschen in dieser Zeit. Und sie wusste ihren Sohn in der Schweiz in Sicherheit. Wegen ihres Kindes wollte sie überleben. Ihr Sohn lebt heute in Kanada. Jenny Spritzer und ihr Verleger Paul Rothenhäusler auf dem Weg zu einer Schule. Paul Rothenhäusler ist ein Kleinverleger. Die großen Verlage hatten eine Neuauflage des Auschwitz-Buches von Frau Spritzer abgelehnt. Wie 1946. Damals war es übrigens der erste Augenzeugenbericht einer Überlebenden aus Auschwitz in deutscher Sprache. Die Schweizer Schüler und Schülerinnen haben ihr Buch im Deutschunterricht durchgenommen. Geht das nicht hauptsächlich deutsche Jugendliche etwas, anfragen wir sie. Nein, uns alle. Jeden ist ihre Antwort. Frau Spritzer ist auf Wunsch der Schüler zu Gast hier. Es ist nicht ihr einziger Besuch in einer Schule. Hast sie die Deutschen? Gab es wirklich keinen Ausweg aus der totalen Ohnmacht, wird sie gefragt? Es gab ja immer wieder Juden, wenn auch nur wenige, die aus den Konzentrationslager flüchten konnten, um der Welt zu berichten, was geschieht. Ich weiß nicht, wer flüchten konnte. Ich wusste von jedem Fall in der politischen Abteilung. Sie wurden alle immer gefasst und hingerichtet. Man konnte gar nicht raus. Es gab keine Möglichkeit. Es war so abgeschlossen. Aus Auschwitz kam niemand raus. Es sei denn ein anderes Lager vielleicht, das nicht so bewacht war. Aber Auschwitz war unmöglich. Wie ist denn Ihr Erhältnis zu Deutschland im Allgemeinen heute? Wenn ich Deutsche kennenlerne, von früher, sagen wir mal, die in der Zeit, dann beginne ich immer zu rechnen, was hat er gemacht im Kriege? Was war er? Wie ist er darüber hinweggekommen? Man kann nicht alle auf einmal hassen. Das ist nicht möglich. Und die Schüler, was sagen Sie nach dieser Deutschstunde? Entschuldigt bitte, ihr Nachhauch, und hätte ich gerne noch eine Frage an euch. Was hat euch denn jetzt von dem, was Frau Spritzer erzählt hat, eigentlich am meisten beeindruckt? Den Mut, um nicht aufzugeben, um immer wieder weiterzukämpfen und vielleicht den Krieg zu überstehen. Ja, die Hilflosigkeit, die sie dort hatte, sie konnte nichts tun für alle, die in die Gaskammer mussten. Sie war einfach völlig hilflos. Auschwitz-Birkenau. Jenny Spritzer hat das Schlusswort. Ich habe diese Reise nur auf mich genommen, weil ich die widersinnige Behauptung einer Auschwitz-Lüge widerlegen will. Dieser Boden ist getränkt von Blut und Tränen. Und ich habe nur die innige Hoffnung, dass später mal unsere Ur-Urenkel in Frieden leben können. Jenny Spritzer war Nummer 10.291 in Auschwitz. Sie hat es aufgeschrieben, damit es nicht vergessen wird. Untertitelung ist windshield. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.